Wirtschaftspolitik, Definition und Ziele der Wirtschaftspolitik Unter der Wirtschaftspolitik wird die Beeinflussung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage durch das Treffen von Entscheidungen und Maßnahmen verschiedener Institutionen verstanden. Das oberste Ziel der staatlichen Wirtschaftspolitik ist die Sicherstellung eines gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. Und damit dieses Ziel auch erreicht werden kann, muss das Zusammenspiel von mehreren Institutionen funktionieren und zu diesen Institutionen gehören beispielsweise die Regierung, die Zentralbank oder aber auch die Sozialpartner. Damit ein wirtschaftliches Gleichgewicht erreicht werden kann, müssen im Rahmen der staatlichen Wirtschaftspolitik mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt werden. Und das sogenannte magische Vieleck der Wirtschaftspolitik stellt diese Ziele dar. Zu diesen Zielen aus dem magischen Vieleck gehören das Wirtschaftswachstum, die Geldwertstabilität, ein ausgeglichenes Budget, gerechte Einkommensverteilung, das Schutz der Umwelt, die soziale Sicherheit, ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht, sowie die Vollbeschäftigung. 〝 Vielen Dank.